in diesem video möchte ich euch einen trick zeigen wie ihr den kriegsherrn in zone 2 in dieser riesen festung ganz leicht töten können doch als allererstes möchte ich mich bei euch allen bedanken für den ganzen support den ihr mir gibt und die ganze positive energie die immer mitbringt und ich hoffe wir werden in zukunft noch gemeinsam sehr viel erreichen kommen wir nun zum video ihr braucht als erstes eine festungskarte die kriegt ihr in jedem shop für 2000 punkte und mit der müssen wir erstmal zu einer söldner festung das ist diese markierung auf der karte und für diese methode solltet ihr auf jeden fall eine versänger haben und falls ihr keine versänger habt dann eine äther klinge falls ihr beides nicht habt könnt ihr gerne in meinem discord join und dort unter drop chat nachfragen ob euch jemand helfen kann und die sachen droppen kann ihr könnt nämlich durch die wände schießen mit der versänger und mit der äther klinge geht das natürlich auch dann könnt ihr wenn ihr so wie ich im flur chillt aus der sicheren distanz die ganzen söldner erst mal töten und den bereich erst mal leeren und in jeder festung befindet sich so einen tresor mit diesem müsst ihr interagieren und wenn ihr mit dem interagiert hat dann wird dieser tresor aufgebaut in der zeit wo der safe geknackt wird werden auch neue söldner kommen die könnt ihr auch ganz easy töten wenn ihr nämlich hört dass ein heli kommt könnt ihr mit der versänger auf den heli schießen und die meisten söldner werden sterben oder ihr könnt auch die äther klinge werfen sobald ihr den tresor geknackt hat werdet ihr sehen dass sich dort eine lila eine schlüsselkarte befindet und mit dieser müsst ihr hier zu dieser großen festung in zone 2 und dort befinden sich wirklich eine menge söldner geschütze und ein feindlicher heli wird auch auftauchen aber das ganze interessiert uns nicht denn wir rennen einfach geradeaus dadurch zu dieser festung eine dreier plattenweste juggernaut und schnell laufen werf vom vorteil öffnet die tür und danach müsst ihr direkt einen söldner hier töten der wird auf euch schießen und hier sind auch viele attrappen leute dann geht hier rechts direkt in den raum und hier könnt ihr erstmal verschnaufen euer leben aufladen und mit der versänger wunderwaffe könnt ihr einfach so in die richtung schießen von wo sie kommen und die werden von den strahl sterben der trick dabei ist wenn ihr hier drinnen seid ist über euch der kriegsherr ihr könnt einfach durch die wand schießen mit der versänger oder mit der äther klingen und ihr seht der kriegsherr wurde besiegt und der bereich wird gesäubert kurze zeit später kommt auch der belohnungsriss und die söldner hier drinnen sterben also ich laufe auch hier durch jede falle weil ich weiß da ist eh kein söldner mehr im gebäude also könnt ihr mich auch nicht töten also ist mir auch egal ob ich durch die fallen laufen müsst ihr natürlich nicht ihr könnt ihr auch vorher zerstören aber ihr könnt da auch so wie ich dann durchlaufen draußen sind aber nach wie vor eine menge söldner leute die werden auch nach und nach versuchen hier ins gebäude zu kommen und ihr müsst jetzt so schnell wie möglich hier verschwinden darum eignet sich die versänger sehr sehr gut dafür denn ihr könnt gleich einfach rausfliegen und wie gesagt leute diese dinger sind attrappen wenn ihr dagegen schießt werdet ihr geblendet also am besten vermeiden ich werde jetzt so schnell wie möglich hier rausgehen ich nehme meine versänger in die hand töte noch kurz die restlichen söldner hier und sobald das gebäude frei ist falls ihr platten habt nehmt platten ich habe jetzt eine goldene weste dabei die laden sich automatisch auf aber falls nicht dann ladet eure platten auf nehmt den versänger sobald ihr draußen seid fangt an die versänger zu laden und dann geht in den stoßflug so dass ihr so schnell wie möglich hier weg kommt und die söldner euch in der luft nicht töten die versänger würde ich mindestens einmal pick up punchen weil die sich dann viel schneller auflädt und ihr viel schneller dort weg kommt das war es dann auch schon mit dem video ich hoffe euch hat das video gefallen und ich konnte euch damit weiterhelfen falls ja lasst doch ein leichter und schreibt mir die kommentare und falls noch kein abo bei mir ist kannst du jetzt an dieser stelle ein kostenloses abo da lassen und die glocke aktivieren damit in zukunft nichts mehr verpasst und immer auf den neuesten strand bleibt danke fürs zuschauen und bis zum nächsten mal ciao